Hallihallo Freunde der leichten YouTube-Unterhaltung und der leichten Fotografie. Heute ein neues Video von mir. Dennis, ihr schaut der Pfleka Fotografie und heute soll es darum gehen, wo finde ich eigentlich lohnenswerte Pilzmotive im Wald zum Fotografieren. Film ab! Willkommen zurück, wie schon eben erwähnt. Mein Name ist Dennis, ihr schaut der Pfleka Fotografie und wo finde ich eigentlich Pilze im Wald, die sich lohnen zu fotografieren. Pilze sind erstmal viele oder teilweise alle lohnenswert, je nachdem was ihr auch fotografieren möchtet. Pilze wachsen natürlich nicht immer am Wegesrand und sind am Wegesrand schön in Szene zu setzen. Deswegen besorgt euch festes Schuhwerk, eine Outdoorhose und ein paar Klamotten, die outdoor geeignet sind und dann geht raus und sucht euch im Wald eine passende Stelle, um Pilze fotografieren zu können. Pilze wachsen am liebsten in moosbewachsenen Ställen, in Fichten- und Kiefernwäldern, die offen stehen, also nicht in Reihe gezüchtet wurden, sondern offen stehen, wo auch Licht rankommt. Dort wächst am meisten Moos und sind immer wieder tolle Möglichkeiten da, um Pilze zu fotografieren. Moos, warum Moos? Feuchtes, feuchter Untergrund natürlich bester Nährboden für Pilze, um Pilze zu finden. Moosbewachsenes Gebiet suchen. Es sei denn, ihr möchtet natürlich Pilze auf Baumstämmen fotografieren, dann solltet ihr Totholz in Erwägung ziehen. Totholz, auf dem Pilze sich dann ihren Nährboden suchen, um das vergammelte und am verrottende Holz als Nährboden nutzen, um sich dort ihre Pilzkulturen und Pilzkolonien aufzubauen. Ich gehe also immer in den Wald und suche mir genau an irgendwelchen offenen Fichtenwäldern. Haben wir ja zum Beispiel in Deutschland recht viel Kiefern und Fichtenwälder, die offen liegen, die nicht künstlich angelegt wurden. Und dort wächst natürlich viel Moos und dort gibt es echt verdammt viele schöne Pilze, die sich zum Fotografieren lohnen. Was solltet ihr dabei haben, um Pilze zu fotografieren? Ihr solltet ein Objektiv dabei haben, das eine geringe Naheinstellgrenze hat. Zum Beispiel bietet sich da an, das Canon 100 mm Makroobjektiv mit einer Naheinstellgrenze von gerade mal 38 cm. Das bietet sich an, aber auch andere gute Objektive, die eine schöne Brennweite haben, um zu fotografieren und eine geringe Naheinstellgrenze haben. Ich denke da manchmal so an 50 mm, also alles zwischen 50 und 135 mm ist dafür sehr gut geeignet, wenn es eine geringe Naheinstellgrenze hat. Was solltet ihr noch dabei haben, um Pilze zu fotografieren? Natürlich Licht. Licht ist tendenziell wichtig zum Fotografieren bei Pilzen, denn nichts ist schlimmer als den Pilz nachher zu haben und zu wenig ausreichend Licht, also Sonnenlicht eventuell zu haben, weil die Sonne gerade so steht, dass der Pilz, den ihr fotografieren wollt, eben nicht ausgeleuchtet oder beleuchtet wird und ihr dann nicht richtig schön fotografieren könnt. Deswegen besorgt euch ein paar kleine LED-Cubes und ein paar Lichtleisten. Nehmt die mit und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Pilze zu fotografieren und könnt Pilze so besser ausleuchten und dann richtig belichten und bringt dort dann einfach schönere Bilder zur Geltung. Was auch cool kommt, ist wenn ihr eventuell ein bisschen Alufolie mitnehmt oder ein Edelstahlschwamm von zu Hause einfach mitnehmen, den könnt ihr dann auch richtig schön benutzen, um reflektierende Flächen zu bilden, wo der Pilz dann komplett ausgeleuchtet wird. So spart ihr euch ein, zwei Lichter und könnt mit dem reflektierenden Licht arbeiten. Ich suche mir also immer irgendwo einen Spot, der viel Moos hat, um dort Pilze zu suchen. Natürlich solltet ihr langsam vorgehen, um Pilze zu finden und nicht zu schnell an den Pilzen vorbeimarschieren. Auch auf dem Rückweg, den Weg, den ihr gekommen seid, lauft gerne da auch mal zurück. Oder manchmal hat man nämlich einfach nur die falsche Perspektive auf seinen Weg, der vor einem liegt. Und auf dem Rückweg zeigen sich dann doch noch mal der ein oder andere Pilz, der sich lohnt zu fotografieren und den ihr auf dem Hinweg einfach gar nicht gesehen habt. Gerade auch an Wurzeln oder an umgestürzten Ästen, da befinden sich oftmals auch Pilze. Gerne auch befinden sich Pilze hier gerade an so Baumstümpfen, die schon Moos überwachsen sind und die schon eine Weile tot im Wald stehen. Dort kann man mal gerne drum herum gehen und suchen. Dort findet man ganz ganz oft noch irgendwo versteckte Pilze, die dann noch in Szene gesetzt werden wollen und von euch in Szene gesetzt werden können. Aber auch in Bereichen, wo noch existierende Kiefern und existierende Fichten stehen, um den Baum rumschauen und dort mal gucken, ob ihr dort auch einen schönen Pilz findet, den ihr fotografieren möchtet. Wie schon erwähnt, sollte es eigentlich klar sein, dass ihr offene Wälder nehmt. Offene Wälder, wo Sonnenlicht zwar auch hinkommt, aber die nicht den ganzen Tag in der Sonne stehen und damit sich dort einfach Moos bilden kann und ihr eure Chancen erhöht auf viele tolle Pilze, die dort im Wald wachsen. Die beste Tageszeit, um Pilze zu fotografieren, ist nicht etwa am Morgen, am Mittag oder am Abend. Die beste Tageszeit ist eigentlich tatsächlich immer. Wenn ihr ausreichend Lichtquellen dabei habt und euch Zeit nehmen wollt, den Pilz auch richtig zu fotografieren, richtig in Szene zu setzen, dann geht einfach irgendwann raus. Am besten nicht direkt kurz vor Sonnenuntergang, denn dann ist gewährleistet, dass ihr euch garantiert das Licht ausgeht. Geht am helllichten Tag, geht am Morgen, früh, geht am Mittag. Raus und sucht euch eure Pilze und euren Fotospot da raus im Wald. Ihr könnt eigentlich zu diesen Tageszeiten nichts falsch machen. Wichtig ist natürlich auch noch die richtige Jahreszeit. September bis Ende Oktober bietet sich es an, Pilze fotografieren zu gehen. Ja, das waren auch schon meine Tipps zu, wie finde ich Pilze im Wald, wo suche ich am besten Pilze im Wald und welche Motive, welche Pilze lohnen sich zu fotografieren. Wie schon erwähnt, das liegt ganz alleinig an euch. Was ihr als schön betrachtet, ich finde fast alle Pilze toll. Es gibt eigentlich kaum einen Pilz, den ich nicht gerne fotografiere. Es kommt halt immer darauf an, auf eure Kreativität, auf eure Ideen, auf eure Anregungen, die ihr habt, um den Pilz zu fotografieren. Da lasst euch gerne kreativ, ganz, ganz viel Spielraum und nutzt da wirklich alle Möglichkeiten. Im nächsten Video, wie setze ich denn einen Pilz in Szene, möchte ich euch im nächsten Video mitnehmen. Dieses sollte nur kurz knapp sein. Wo suche ich Pilze, wo finde ich Pilze und ich denke, wenn ihr eurer Kreativität freien Lauf lasst, dann werdet auch ihr fündig und könnt dort wirklich schöne Pilze in Szene setzen und fotografieren. Ja, hat euch das Video gefallen? Kennt ihr das Spielchen? Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr beim Pilzesuchen vorgeht, was euch jetzt als Tipp gefallen hat beim beim Pilzesuchen, wie ich vorgehe. Oder schreibt auch gerne drunter, was euch nicht gefallen hat, ist doch auch kein Problem. Wir sind eine Community, in der man offen miteinander reden kann und mit der man sprechen kann. Auch sowas hilft dabei eventuell, dass auch ich vielleicht noch den einen oder anderen Tipp von euch kriege. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wie fotografiere ich einen Pilz? Wie stelle ich den mittlerweile in Szene und wie benutze ich meine Lichter beim Fotografieren? In diesem Sinne macht's gut. Euer Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao.